Hi liebe Super Mega Random Flash Game Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Super Mega Random Flash Game. Diesmal mit Pussywalk.com slash en. Ein Spiel bei dem ich, ich habe keine Ahnung was man wirklich macht. Aber ich glaube ich muss mit den Pfeiltasten laufen. Da wurde mir vorgeschlagen. Ich habe keine Ahnung was das wird. So. Oh Gott. Nein! Nein! Oh Gott. Vorsicht das Auto. Okay, ich muss aufpassen. Wir dance einfach. Nein! Alter Mann! Oh fuck. Ich will nichts sagen, aber oh Gott, das wird nicht gut gehen. Watch your step. Ich watche meinen step. Nein! Nein! Alter Mann! Alter Mann! Ich habe mich selbst umgebracht. Ach du Scheiße. Leaderboard. Da ist niemand. Okay, ich habe also ein paar Flaschen Wodka reingezogen. Nein! Alter Mann! Okay, wir schaffen das. Vorsicht Stufe. Vorsicht. Vorsicht sage ich. Nein! 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 Okay, wir schaffen das. Vorsicht der Stuhl. Nein! Okay, ich muss nur ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln. Damit kommen wir das hin. Seht ihr? Seht ihr das? Seht ihr das? Ich laufe schon wie ein Großer. Ich laufe wie ein Großer. Wie ein ganz Großer kann ich laufen. Oh, da ist ein bisschen Energie für mich. Da ist die Krone. Nein! Nein! Da ist die Krone. Komm schon. Alter, mein... Ja, mein European Dream, der wird nicht bla bla bla. Leaderboard. Yes! Yes! Der Moggi hat es geschafft. Merry Christmas from Russia. Danke, Russland. Hey, ich glaube, ich habe das Spiel jetzt durchgespielt. Aber wie wir natürlich wissen, gibt es noch ein Spiel, das ziemlich ähnlich funktioniert. Dann können wir das auch mal machen. Das wurde auch von vielen vorgeschlagen. Und das ist... Fuck. Okay. Äh. Oh nein, oh nein. Ach, das ist... Äh. 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 Müssen versuchen zu laufen. Ach so, mit Q und W habe ich die Oberschenkel quasi. Datei ist, wenn ich... Okay, pass auf. So. Äh. Okay, okay, okay. Shit. Nein. Lauf. Nein, ich... Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Nein. Oh. Hey, das ist Werbung für Beding-Pot-Game. Ohne Werbung für Pizzadee. Lass euch... Oh, fuck. Lass euch eine Sache gesagt sein. Pizzadee wurde scheiße. Die Seite ist nicht mehr gut. Fuck! Komm schon. Fucking, fucking, fuck. Nein. 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 Ich kann das nicht. Lauf. Nein. Ich kann das wirklich nicht. Es tut mir leid. Ich... Ich... Ich verstehe... Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich glaube, ich konnte es mal ein bisschen. Wie jeder ungefähr im Jahr 2009 oder so. Da war es der heiße Scheiß. Ah, fucking, fucking... Ja! Nein! Komm schon. Na. 1,2 Meter. Das war gut. Okay, so. Ja, wir kommen der Sache näher. Eine ganz geschmeidige Laufbewegung müssen wir an den Tag legen. So. Okay, das war ziemlich gut. Lass euch da nichts vormachen. Ja. Wir kommen der Sache näher. Okay. Okay. Fuck. Ey, ey, ey. Ich kann es nicht. Lauf doch! 1,9 Meter ist mein Rekord. Ich muss doch irgendwie mehr schaffen. Das ist auch irgendwie möglich. Fuck. Okay, pass auf, pass auf, pass auf. Folgendes. Folgendes, folgendes, folgendes. QWOP Speedrun. Okay. 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 Das, ähm... Das ist ziemlich majestätische Musik. Okay, wir müssen uns nur sein Movement einprägen. Oh mein Gott, der sieht so majestätisch aus. Oh mein Gott. Das ist ein junger Gott. Dieser Adonis, wie er rennt. Mein Gott. Wegen Leuten wie ihm, wurden die Olympischen Spiele erschaffen. Ich kann nicht mal erkennen, wo der Mensch aufhört und der Gott beginnt. Ich kann euch nicht sagen, wie viele Muskeln er hat. Sein ganzer Körper ist ein Muskel. Seht es euch an. Mich wundert es, dass die Wolken von dem Firmament sich nicht loslösen und die Sonne auf sein göttliches Haupt scheinen lassen. Dieser Gott. Er rennt. Mein Gott. Mein Gott. Es ist wunderschön. Wie weit schafft er es? Er kann das Gleichgewicht nicht verlieren. Er wird das Olympische Feuer, verdammt doch mal, zum Schwarzbach bringen. Und reich werden. Sieg hat aufgehört. 100 Meter. Oh, ein Nationalheld. Nein, ein Internationalheld. Super Mario Bros. Nein, ich will keinen Super Mario Bros. Speedrun sehen. Okay. Wir haben diesen Adonis gesehen, wie er loslösen. Dann bin ich dran. Fuck. Dance, 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 dance like a robot. Bis zum nächsten Mal.